Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Letzte Folge haben wir ordentlich auf die Fresse gekriegt. Bayern hat uns mal ganz kurz gezeigt, wer Bayern ist. Das haben wir mit 4 zu 0 verloren im DFB-Pokal. Aber das ist vollkommen okay für mich. Ich denke, gegen Bayern zu verlieren ist echt keine Schande. Das ist durchaus immer möglich, dass man da wirklich einen Arsch voll bekommt. Das ist für mich persönlich die beste Mannschaft Deutschlands. Jetzt habe ich wahrscheinlich Shitstorm, aber es ist für mich einfach so. Und auch da nebenbei jeder, der zu mir sagt, scheiß Bayern, kaufen Liga kaputt, bla bla bla. Aber im Endeffekt macht es jeder. Jeder macht das so. Jeder kauft dann im Endeffekt von jedem die Liga irgendwo irgendwie auch kaputt. Und jede Mannschaft, jede Mannschaft, die in diesem Bereich wäre wie Bayern, würde das auch so handhaben und würde das so machen. Davon lebt einfach der Fußball. So ist leider auch der Fußball, dass dann auch so kleine Vereine wie Hannover 96 oder auch andere es schwer haben. Auch Top-Spieler, wenn sie da mal einen haben, der wirklich auf richtig, richtig, richtig hohem Niveau spielt zu halten. Deshalb haben wir es ja auch Vereine wie Gladbach oder auch Frankfurt oder wie sie alle heißen, wirklich sich zur Aufgabe gemacht, Spieler auszubilden, richtig gut zu machen und für viel, viel Geld zu verkaufen. Und das haben die ja, vor allem Gladbach, über Jahre vorbildlich auch gemacht. Auch Frankfurt, heftig, was die da manchmal so für Spieler verkaufen. Diesen Kolo Moani, wie viel Geld sie überbitte. Das, das ist ja irgendwo auf der Welt verhungerten Menschen und hier reden wir über Millionenbeträge für. Boah, verrückt. Verrückt, wirklich verrückt. Aber gut, wir wollen da gar nicht so lange drüber quatschen und wollen einfach wieder direkt reingehen. Wir machen erstmal weiter. Unsere Spieler sind noch platt und wahrscheinlich auch noch traurig von der letzten Niederlage. So viel Pause ist allerdings nicht und dann treffen wir schon auf Hertha. Die sind in der Tabelle auf Platz 6. Das letzte Mal, als wir gegen Platz 6 gespielt haben, war es noch Paderborn. Dann haben wir 1-1 gespielt. Jetzt müssen wir aber mal wieder einen Sieg holen. Oh, sie haben sich relativ schnell erholt hier. Ich würde Vogelsammer gerne tauschen und würde dafür Schaub wieder reinholen. Bechusko ist immer noch nicht richtig fit. EC und Köhn werden sich heute dem Posten da teilen. Ich weiß, ich muss noch einmal Köhn auf dem Flügel spielen lassen für meinen Neffe. Das mache ich auch, aber dafür muss wieder mehr Pause dazwischen gewesen sein, dass auch beide richtig fit sind. Ansonsten würde ich sagen, bleiben wir so und gehen erstmal rein ins Spiel. Können hier den vielleicht nochmal mitnehmen. Den brauchen wir wahrscheinlich. Den Besuchkov. Morgen bin ich eigentlich schon wieder müde. Ach, Ernst. Ernst können wir mitnehmen. Aber nicht für Besuch. Wir nehmen ihn für Momolu mit. Wir haben ja Foudi und Damar noch dabei. Die werden ja auch auf diesen Positionen irgendwo spielen können. Scott könnten wir auch noch mitnehmen. Aber wie gesagt, das sind auch alles Spieler, die wir nicht mehr lange haben werden. Denn da wird mit Sicherheit der Verein sie zurückholen. Wobei ich wie gesagt offen und ehrlich gestehen muss, so schlecht oder so wenig haben wir sie nicht spielen lassen. Immer wenn es eine Chance gibt, haben sie gespielt. Entschuldigt, ich bin immer noch erkältet. Achso, ich wollte nochmal ganz kurz gucken, ob das mit dem Hinterlaufen wieder aus ist. Denn meine Spieler machen das irgendwie nicht mehr. Nicht rollen, Anweisung. Da, Laufart gemischt. Die sollen aber übergreifend machen. Das ist vielleicht der Fehler, der die ganze Zeit... Tja, ich weiß auch nicht warum das immer so ist. Da müssen wir jetzt vielleicht öfters mal drauf achten. Aber gut, wir gehen in den Spieltag. Und wollen das gar nicht schlechter... Oder gar nicht, gar nicht... Gar keine Ausreden suchen, dass wir deshalb verloren haben gegen Bayern oder so. Das ist definitiv nicht so. Bayern war wirklich gut. Auch hier, Hertha ist nicht richtig fit. Dardai ein bisschen. Und Lukoki. Der auch ein bisschen Energieverlust. Und auch Mizziene. Mizziane? Mission. Keine Ahnung. Rogel auch. Rogel der... Ja, ja, ja. Richtig, der klasse Fußballer. Rese, Karbovnik, Kenny, Prevliak, Hussein, Tabakovic und Ernst, der andere Ernst, Ernst, sitzen auf der Bank. Sie spielen Standard-Formation oder Standard-Spiel-Stil. Wir gehen rein ins Training. Und werden dann da wieder unsere Passübung machen. Getimeter, hoher Steilpass. Das bestätigen wir. Köh, 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 köh. Großes Ding. Annehmen und reinkloppen. Boom. Oh, verdammt. Wieder hoch. Annehmen. Und reinhauen. Yes, Baby. So. Hoch. Flänkchen. Und reinhauen. Und yes, Baby. Wir machen hier wieder hoch. Annehmen. Flänkchen. Und, und, und. Yes, Baby. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh, doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Und da wieder hin. Annehmen und reinkloppen. Oh. Da unten hin. Annehmen. Und reingekloppt. Wir machen ihn da wieder hoch. Annehmen und reinkloppen. Nicht gut geklappt. Hat nicht gut geklappt. Gut. Wir machen weiter. Ähm, Anstoß. Wir spielen wieder im 4-2-3-1. Wir spielen im Olympiastadion. Am 30. September 2023 um 13 Uhr. Schiedsrichter ist Vincent Lentvoigt. Wir spielen auf Legende auf 5 Minuten. Und in Berlin regnet es. Ähm, ja. Wir wollen Partie starten. Auf Legende natürlich. Haben jetzt die erste Niederlage. Noch 4 und wir schalten runter. Ah, ne, 3, ne? 5 zum Hochschalten. 3 zum Unterschalten. So haben wir das immer gemacht. Er zählt im letzten Spiel 2 Tore. Oh. Toll. Das sind ja super Voraussetzungen für uns. Oh, oh, oh. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfreunde. Wir melden uns heute aus dem regnerischen Olympiastadion. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis. Nur so ein kleines. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Hertha BSC gegen Hannover 96. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duellen kann nur hochklassigen Fußball. Tja. Da redet ein richtiger Fachmann. Direkt mit drei Leuten, habt ihr gesehen? Das ist die Aufstellung mit der Hannover. In dieses Spiel geht's. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Was? Noch gerettet. Stark Halstenberg, Junge. Oh, und jetzt finde ich keine Anspielstation. Boah, warum denn den? Sag mal, bist du bescheuert oder was mit dir? Verstehe ich nicht. Der sollte den ersten in die Mitte spielen und nicht da hinten zum, zum, weiß ich nicht wohin. Nein. Typischer Amateurabstoß. Hoch, aber nicht weit. Gefühlt, äh, Torwart außer Hand hat ihn geschlagen aus dem Fünfer. Und er ist gelandet auf dem Elfer. Typischer Amateurfußball. Kreisliga. Florian Niederlichter. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Anspiel kommt nach hinten. Meine Fresse. Sie drängen auf die Führung. Den kann er blocken. Sie sah gefährlich aus. Da kannst du manchmal auch echt nix machen. Aber wir sind. Boah, der ist mal durchgekommen. Ich werde bekloppt. Komm, komm. Komm. Oh, verdammte Pisse. Spiel doch mit, Mann. Warum denn dauert das so lange da oben, Mann. Ich drehe doch durch, oder? Ja, wir haben hier das erste Tor für den KFC. So, und jetzt. Komm. Mach ihn. Jubel. Harbert Nölze. Traumhaft. Hab schon fast vergessen, wie sich Tore schießen anfühlt. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann kommt dieser unheimlich fuchtige, unheimlich strammeschuss. Und drin ist er. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Tor also für den KFC. Sie gehen 1 zu 0 für oben. Macht er gut hier. Traum, 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 traum. Geh noch drauf. Ja, das ist pressig. Cookie. Cookie. Ich darf nur nicht wieder zu leichtsinnig werden. Merkt ihr, ich werde schon wieder so... Och, jo, Tüdelü. Der kam nicht vor mir. Ich wollte den lang auf Moroya stecken. Lukuki. Lukuki. Ich mag den Namen. So nenne ich meinen Sohn, wenn ich meinen Kriege. Also noch einen Kriege. Ich habe ja schon einen. Lukuki. Oh, oh, oh. Stark. Moroya, Junge. Moroya ist auch echt Liebe. Clever, oder? Clever. Boah, ich hätte lieber auf Moroya den ersten gespielt. Hallo, Sechser, ihr müsst mitspielen. Der Köhn, da haut er hier so eine Zwiebel raus. Das ist ja... Oh. Morin. Was? Wie hat er den gehalten? Wie geht... Was? Wie geht das denn? Zeig mal her. Zeig mal her. Komm, zeig mal her. Nochmal, komm, zeig mal her. Leitl scheißt hier nochmal alle zusammen. Und dann zeigt er das. Das war doch eine Weltklasse... Was? Was? Kommt in die Mitte. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Ich hoffe, der Hertha-Trainer findet jetzt in der Halbzeit nicht die richtigen Worte. Und dann kommen die wieder raus und sind immer noch verunsichert. Und Leitl hat sie hier ordentlich zusammengeschissen. Und jetzt... Machen wir den Deckel drauf. Gut, 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 gut. Ich hab noch, ich hab noch gedacht, wenn ich den direkt durchstecke, dann wird er wahrscheinlich abge... Eieieiei, achso. Was? Aber warum? Sind hier Schiedsrichter in meiner Liste anwesend und können mir sagen, warum? Der KSC erhielt hier einen Elfmeter und sie haben ihn verwandelt. Stark, Junge. Eieie, was? Das, dafür wechsle ich dich aus. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Welcher Spieler war das? Das war Leopold, glaub ich, ne? Wir gucken jetzt, wer das war. Den, den hol ich sofort runter. Da, der. Wer war das? Wie geht das hier? Orbit. Leopold. Den, 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 nix. 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 Da lass ich auch nicht mehr mit mir diskutieren. Weg. Schnauze fallen von dir. Für heute. Ach, wir haben Tresoldi gar nicht mitgenommen. Wir Depp. Wow. Wir müssen aber was machen hier. So ein frecher Pass von Leopold. Das macht ein ganzes Spiel kaputt. Na gut. Und der Trainer hat vielleicht doch die richtigen Worte gefunden. Aber, trotzdem, das ist so ein Pass, darfst du niemals spielen. Niemals. Boah, der hat echt die richtigen Worte gefunden. Das ist wohl doch ein Redner, der Trainer. Ist Dardai da noch, der Trainer? Oder ist der auch schon wieder weg? Bei uns läuft schon wieder. Bei uns läuft schon wieder. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Sie drängen, Sie drücken, Sie wollen die Führung. Boah. Wollen wir wetten, Tor? Wollen wir wetten? Doch nicht. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konto. Der Ballverlust, der endet. Oh Gott, ey. Dann kommt halt jetzt das Tor. Auf jeden Fall nach dem Standard. Ich verliere jetzt wieder das Kopfball-Duell und dann ist er drin. Kopfball-Duell habe ich auf jeden Fall verloren. Was habe ich gesagt? Guck, ich verliere das Kopfball-Duell. Das Spiel ist verflucht. Ah, schön, schön, schön. Schön, wenn man das Spiel lesen kann. Der Ball kommt rein. Luk-Kucki. Luk-Kucki. Mit dem knappen Rückstand für die Gäste sind wir nun schon mittendrin in der Fußphase dieser Begegnung. Glauben Sie noch... Das... 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 Und jetzt geht nach vorne wieder gar nichts. Verdammt. Schade. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Ich bin nicht gut in solchen Situationen. legt den Ball rein. Ah, verdammt. Tja. So schnell wendet sich das Blatt. Zwei Niederlagen in Folge. Aber okay. Erste Halbzeit finde ich war nicht schlecht. Da haben wir relativ gut gespielt. Dass wir dann jetzt die zweite Hälfte komplett auseinander gehen. Hätte man so auch nicht erwarten können. Aber gut. Ihr Kommentar zum Spiel. Es war eine tolle Serie. Die Serie hätte nicht reißen dürfen. Irgendwann musste die Serie halt reißen. So ist es. Schwere Spiele heute. Hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt? Selbstvertrauen fehlt? Und das Selbstbewusstsein ist toll. Zwei Spiele, aber kein Sieg für Hannover. Was? Ist Hertha eine bessere Mannschaft? Er wird daraus lernen. Sehr gerne. Oh, Martin Kind ist bestimmt schon wieder. Was? Der aktuelle Trainingsplan von Cedric Teuchert wirkt sich nicht stark genug aus. Bitte denk darüber nach, den Trainingsplan eventuell anzupassen. Wenn du diesen Profi ausstellen möchtest, brauchst du einen Plan, der sich stärker auf die Energie konzentriert. Denn nur dann kannst du am nächsten Spiel die Leistung erhalten, die du dir erhoffst. Assistenztrainer. Trainer, sie finden hier wieder Aktualisierungen. Jo. Warte. Ist der jetzt ein 47er? Oh, er ist hochgegangen ein. Auf 47. 55 mit 17. Nowak. Nur sein Endpotenzial ist nicht so gut. Aber okay. Wir schreiben mal, was die Zeitung guckt. Wir gucken mal, was die Zeitung schreibt, wollte ich sagen. Spieler des Monats. Da ist von uns keiner bei. News aus aller Welt. Steht auch nichts bei. Haben wir die Tabellenführung verloren jetzt? Tatsache. Zwei Punkte hinter dem ersten. Naja. Gut. Wem haben wir als nächstes? Wir haben doch jetzt auch irgendwann das Derby, ne? Oh, oh. Kaiserslautern, Magdeburg. Und dann Braunschweig. Ähm, ja. Da werden wir auf jeden Fall nochmal sehen müssen. Warum, wieso, weshalb, was ist hier los? Warum verlieren wir? Was ist hier passiert? Freunde. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und da steht doch jetzt doch was. Hä? Wo, wo? Achso, da. Hertha BSC gewinnt 2-1 und beendet ungeschlagene Serie von Hannover. Mit dem Sieg von Hertha ging die ungeschlagene Serie von Hannover 96 zu Ende. Nun fragen sich die Fans natürlich, ob die Formkorbe des Teams auch langfristig nach unten zeigen wird. Hannover muss sich jetzt auf jeden Fall erst wieder berappeln. Boah. Achso, bevor ich es wieder vergesse, dann ändern wir den Trainingsplan nochmal. Und dadurch, dass ja jetzt auch der Pokal weg ist, kann man ja jetzt durchaus wieder auf Leistung gehen. Für alle Spieler übernehmen. Und ja, die Jungs haben jetzt Pause, glaube ich. Wie lange? Wir gucken mal eben im Büro. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Tage. 6 Tage sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 7. Spielsinnert natürlich. Danach haben sie noch länger Pause, noch länger Pause. Da wird es wieder ein bisschen enger, aber ansonsten sollte es das jetzt gewesen sein, ne? Da kommen wir jetzt eigentlich relativ gut mit auf Leistung getrimmt durch. Okay, Freunde. Das war der wievielte Spieltag? Der neunte Spieltag? Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.